Hinterzarten wird ja gerne als so die Perle des Hochschwarzwaldes bezeichnet. Das liegt einfach daran, dass hier sehr viele Veranstaltungen sind im kulturellen Bereich, aber auch im sportlichen Bereich. Wir haben sehr hochwertige Hotellerie und Gastronomie. Wir haben das Fünf-Stern-Hotel, Parkhotel Adler hier als Aushängeschild der Hotellerie im Hochschwarzwald. Aber auch die Nahverkehrsanbindung mit den Zügen nach Freiburg macht Hinterzarten schon zu einem Paradies im Hochschwarzwald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017